hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ich wollte einfach mal fragen ob ihr noch aktiv seid weil ich war es nicht auf meinem kanal und wie ihr wahrscheinlich gehört habe ich ein neues mikro vielleicht kennt man hier meine stimme noch gar nicht aber sie ist auf jeden fall relativ besser als meine minecraft tutorials ok ja und ich wollte fragen ob ich irgendwie let's plays machen soll oder so irgendwas videos zum thema csgo weil ich ja total im csgo hype bin zur zeit ich könnte auch mit free coins gamblen oder so versuchen 10 euro skin rauszuholen falls euch irgendwie gambling irgendwie bock auf gambling habt aber wenn ihr einfach mal das video liked oder so einen kommentar da lasst ob ihr noch aktiv seid und ihr über deutsch könnt würde mich das auf jeden fall interessieren und ja wäre echt nice wenn ihr feedback da lasst oder was ja auf jeden fall mal hochladen könnte außer intros weil top 10 listen von intros und so da gibt es so viele dämliche kanäle ich habe ich kein bock mehr an dieser szene vor allem eifresh oder so da halt die ganzen kiddies denken halt alle dass ich das von ihm geklaut habe oder so es hat einfach keinen sinn mehr allein irgendwie intros hochzuladen und es gibt genug kanäle die das wahrscheinlich sogar noch besser machen als ich und ich bin sowieso inaktiv und bei mir schaut sich das eh kaum noch jemand an und naja ich würde gerne irgendwie videos in eine andere richtung machen und ich würde meinetwegen auch meinungsblogs machen oder so weil irgendwie gibt es so viele idioten auf youtube zwar gibt es gucken tv oder so aber naja seine meinung bin ich meistens auch nicht und naja ich würde es auf jeden fall mal interessieren und lass einen kommentar da haut rein